Meine Kohle! Ja gut, dann nimm sie dir, dann habt mich halt geahnt. Ich geh mal zum Alldem. Nein, weib bloß weg! Was denn? Mein Schatz! Hey! Mein Schatz! Dörb ist im Radio! Äh, wat? Hardcore! So, ich dachte, Herbie ist im Radio. Hallo! Hallo! Beep Beep! Hallo! Hallo! Hallo, hab ich... Ich will jetzt nicht... Boah, wie viel Kohle hier ist! Wie weit... Ach du Scheiße... Also okay, da ist... Ich dachte schon, wie weit geht diese Scheiße hier noch? Das frage ich mich auch grad. Also, hier haben wir jetzt... Ne... Große Schlucht! Guck mal da rüber... Wo seid ihr denn? Ja, ich hab jetzt da ne kleine Brücke gebastelt. Ach, da hinten seid ihr. Ich wollte grad sagen, das ist ein Creeper und das ist der Arlem. Ahahaha! Geh weg! Hallo! Geh weg! Hallo! Hat das jetzt einen Zusammenhang? Ein Hallo Creeper! Hallo Creepy! Ein Creeper, der noch Hallo sagt, bevor er explodiert. Da ist irgendwas blaues unten... Äh... Lazio Lapis... Äh... Lapis Lazuli... Äh... La... Äh... Ja, Lapis... Ach du Scheiße, ist das ne Riesenhöhle! Waaah! Ich geh wieder! Wieso schreisch du so? Weil da ein Creeper grad hinter mir war! Ach jetzt, das sind doch... Der hat doch auch ge... Waaah! Schubst nicht! Ich hab nicht geschubst! Ich... Ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase. Also da gibt's wirklich Gebilde in dieser Welt, das ist echt heftig. Also so ne große Höhle habe ich auch selten gesehen. Wie lange wollen wir noch hierbleiben oder wollen wir langsam wieder hoch? Au! Wir bauen jetzt hier so einen kleinen Bunker. Ich fang an zu bauen. Hey, da ist Gold und so, ne? Na gut, wir können auch ein bisschen runterbleiben, mein Inventar ist noch lange nicht voll. Oh, ähm, da geht's noch weiter runter. Ach nee, was du nicht sagst! Hilfe! Da ist Eisen! Ah... Wow! Ach du... Boah! Ich habe gerade, glaube ich, die... die... die Mutter aller Lava-Szenen gefunden. Wegen. Ich habe ein Lava-Meer entdeckt. Was war das? Da war ein Skelett! Da war ein Skelett und das ist dann wieder weggegangen! Leute, wollt ihr mich verarschen? Ist das jetzt hier ein Horrorspiel oder ein Minecraft? Skelettos! Skelettos! Oh, eine Fresse! Spinne! Ah... 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 Ah, no... Komm her! Oh, ich will nicht, ich habe für Zombies. Ich habe irgendwie Angst, dass ich doch irgendwann gleich in die Lava reinfalle. Ich habe Angst mit dem ganzen Material, was ich gerade habe, hier zu sterben. Aber das ist ja urheftig hier. Ohne Scheiß. Das ist ja echt geil hier. Hilfe, da ist ein Skelett. Wo seid ihr? Arsch! Du bist ein Arsch. Ich liebe dich auch. Mach das doch nicht, wenn ich gerade an der Ecke stehe und unter mir labere. Mann, du, du kannst, das geht nicht. Das geht echt nicht. Boah, du bist der Arsch. Ja, ich bin der Arsch, Pate, ich weiß. So weit geht's hier noch runter? Das ist doch, das ist doch nicht mehr menschlich, das ist ja auch nicht mehr feierlich. Also, ich, ich raff das nicht. Wo seid ihr denn? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade bei einem Creeper. Und ich bin nicht bei McDonalds. Oh mein Gott. Und einen großen Bruder vom Creeper. Krüppli. Ui! Ui, da hat's geknallt. Ja, das war ganz in der Nähe von mir. Ja, das war ich. Explosiver Durchfall, ne? Du musst dich behandeln lassen. Du musst dich behandeln lassen. Spontane, äh, Explosionen. Wo bist denn du? Ich mach mir da grad ne Leiter, äh, ne Treppe. Hallo? Ja, aber dieses Mal hab ich dich gehört. Ah, Creeper! Hinter, hinter, hinter! Was macht ihr da? Alter Schwede! Au! Upsi! Als Skelett werd ich auch angeschossen. Ja, ich mach, ich mag nicht mehr. Ja. Ist doch alles in Ordnung. Du lebst doch noch. Ja, die Frage ist wie lang. Au! Ich sag schon Au-Op und ich kann nicht getroffen werden. Oh, du Hypo Honda. Ist ja echt schlimm. Das ist doch ein Scheißspiel. Er kann doch diese spontane Idee. Ich will wieder am Haus. Oh, Alter, ich dachte zuerst hinter mir. Hilfe, dein Creeper hinter mir. Jetzt hört mal immer, rechts von mir zu explodieren. Ach du Scheiß, wo ist denn dieser Creeper? Ich hab'n Lachfleisch. Der wird ganz schwindelig. Ach, nee. Ich hoffe, das Ding ist nicht hinterher gekommen. Ja. Ich kann nicht mehr aus. Was ist mit groß? Wo meine Achse kaputt war oder meine Spitzhacke? Spitzhacke war voll kacke. Ich kann nicht mehr. Was? Das ist jetzt nicht mein lustiges Tier, dass ich von den Creeper gejagt werde. Nee, dass das einfach momentan das ärgste Gruselspiel ist, was wir glaube ich bis jetzt gespielt haben. Wollte schon sagen, sag mal, das ist doch nicht für Kinder gedacht. Da ist Resident Evil, äh, Dead Island und was weiß ich, was wir noch gespielt haben. Ich sag ja, Resident Evil, Operation Raccoon City ist ein Witz dagegen. Ja. Hey, da ist ganz schön viel Wasser. Ah, gut, dass mich die Musik grad etwas runterbringt. Ah. Ah, nee, 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 ich will nicht, ich bin doch nicht schwimmer, hallo. Ja, jetzt hab ich mich total verlaufen. Das kenn ich grad. Ich bin irgendwo... Ich find, glaub ich, auch nie wieder nach Hause. Äh, sag dir mal, sag dir mal eure Koordinaten. Koordinaten? Wo, wo gibt's Koordinaten hier? Die unten im, im, im... Drück F3. F3. Ich versteh wieder gar nix. F3 und dann XYZ. Ja. Oh. 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 Ich hab... Na, hat's wieder Bom gemacht? Ich hab mich grad auf den Zombie konzentriert. Oh. Na, wieder Bohnen gegessen? So, als Koordinaten bei mir ist 33, 18, 82. Okay, dann seid ihr in die Richtung. Was war das, 33? Äh, 33, 17, 77. Ja. Ihr wollt... Ihr wollt nur meine Koordinaten, dass ihr meine Kohle klauen könnt. Ne, 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 ne. Seid ihr weiter unten? Ups, da. Seid ihr da runter? Wir sind irgendwo runter, dann wieder rauf und dann wieder runter und... Oh! Was haut mich? Das ist der Rumpel bestimmt. Ne, im Skelett. Hier bin ich bei 19. Ihr spinnt doch alle. Ach, ich glaub, ich seh dich. Mich? Oder ist das der Alem? Ich kann das schwer erkennen. Ich bin bei 40, 26, 124. Ne, ist der Alem, der was da grad... Den was ich da grad seh. Hat der auf eurem Weg immer Fackeln gesetzt? Ja. Gut, dann bin ich... Da ist ein Skelett, da ist ne Tussi, ne Skelett Tussi, oder ne Tussi, die wumm... Ha, die sieht aus wie Alma, Hilfe! Die will ich sehen. Die, 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 da! Bleib weg, bleib weg! Du Schlampe, bleib weg! Ich baue mir ne Höhne da raus, Hilfe! Dass die doch n... Boah, nicht in die Lava fallen hier. Ey, Obsidian! Hilfe! Ah! Wir haben voll viel Licht und so... Möge der Teufel dich verbannt, du Sau! Ein bisschen... Du Drecksack! Ein bisschen wundert's mich ja ehrlich gesagt, dass keiner von uns bis jetzt noch Diamant gefunden hat. Ich hab... Ich hab immer noch hier Stein packen, also was wollt ihr von mir? Ich kann immer was abbauen. Ich hab nicht mal Eisen gefunden in diesem Spiel. Weil der Rompe alles klaut. Und du genauso. Ich klau doch gar nichts! Ich bin nur eine Höhle nach der anderen. Hilfe! Ja! Nicht nur Höhle, die Hölle findest du! Nee, die Hölle ist woanders. Ach, die Hölle muss warten. Der Scheiße muss die Hölle warten. Boah, ich dachte jetzt, ich fall in Lava! Oh! Ey, jetzt ist die Alma aber zu nem Skelett geworden. Was? 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 Nein! Geh weg! 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 Verzieh dich! Ah! Das sind zwei! Verzieh dich! Au! Oh, der hat so wirklich geknallt. Boah, ich hab mir alles gebrochen, egal. Hilfe! Hilfe! Ist hier jemand! Das ist wie so ein Horrorspiel, wo er pflichten muss! So weit! Ja! Leute, ich bin im Kreis gelaufen. Toll! Da ist ne Axt oder ne Spitzhacke oder irgendwie so... Alle! Hallo! Wann bin ich froh, dich zu sehen! Ja! Das kannst du dir aber glauben. Und wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ich weiß es nicht. Wir graben uns einfach noch weiter runter. Naja... Irgendwann sind wir so weit runtergegraben, dass wir wieder hochgraben. Hier, hier, was kommt hinten? Wo seid ihr? Warte mal, vielleicht kann ich dir auch diese Alma... Also, wo ich die gesehen hab, wo ich diese Vision hatte. Vision? Ja! Wo seid ihr? Jetzt ist er wieder alleine. Ich muss weg! Das hat mich grad richtig erschrocken! Oh! Ich mach gleich echt Pisse in die Hose und so weiter, ne? Ich wollte doch nicht mehr Horrorspiele spielen! Ich hab mich nicht mehr reingebracht! So, wir sind leider bei 18 Minuten. Danny, sorry! Machen wir hier einen Schnitt und... Wir wollten mich doch alle hochbrechen! Bis vielleicht mal nächstes Mal! Tschüss! Tschüss! Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr! Mami! Ach, und ich hab meine Ruhe momentan! Ach, schön! Ich will nicht in die Lava fallen bei dem Material, was ich mithabe! Obwohl, das hab ich glaub ich schon im letzten Part erwähnt! Solang's jetzt kein Diamant ist, ist jetzt keine Tragik! Ne, aber drei Stacks Kohle, Lapislazulin, Redstone, Gold, Eisen... Ja, gut, Lapislazulin, Lapislaz! Ah, der ist ja immer noch da! Ah, der ist ja immer noch da! Einmal! Ich krab dich da durch, ist schon leckend reiner Barsch! Guck mal, der Metz! Geh doch weg! Schreck mich doch nicht! Ah! Ja! Das zerbicken wir auch noch! Das war's! Kamikaze! Oh! Hallo! Kamikaze! Oh! Hallo! Spinne! Da über dir! Guck mal, da über dir hab ich angefangen zu graben, wo ich die Alma hier gesehen hab! Guck, ich hab die Alma da gesehen und dann bin ich hochgegangen, hab angefangen oben zu graben! Ach geil, geh ich da auch mal lang nach oben! Ist weil ich Schiss hatte! Menno, ich bin hier mal wieder ganz alleine! Ich war erst kurz mit dir und dann haben sich unsere Wege wieder getrennt und jetzt bin ich mit dem Rompe und dann war ich wieder mit Skeletten zusammen und dann hab ich Alma gesehen und dann hab ich wieder Rompe gesehen und jetzt bin ich mit Rompe zusammen! Was, wir sind zusammen? Das ist mir aber neu! Das wolltest du doch hören! Da! Ah ne, das ist ein Skelett! Und ein Zombie! Achso, das war die Alma, glaub ich! Das könnte Alma gewesen sein! Jetzt haben wir jetzt mal unsere Ruhe hier! Habt ihr jetzt nen Bumm gehört? Nö! Okay, dann seid ihr recht weit weg! Das macht uns aber Sorgen, äh... Warte mal, was hab ich noch mal da hinten gemacht? Ach ne, da war ja nur Wasser, stimmt! Wasser! Kannst du Trinky Trinky machen! Ne, ne, nix! Nix Trinky Trinky! Ich hab da reingepinkelt! Hahaha, es schwimmt da drin! Das hat der letzte Part schon gesagt! Was? Dass er pinkeln muss! Du warst doch grad pinkeln! Ne, du! Ne! Hä? Ich glaub nicht! Ich glaub nicht! Du hast grad... Du hast grad grad... Du hast grad grad... in die Hose. Ach so, aber nicht ins Wasser. In die Hose, in das Wasser, das sind zwei verschiedene Sachen.